An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu Christi. Für die meisten Menschen ist dieses Fest deshalb ein Fest der Liebe, der Genüsse und der Geschenke. Doch hohe Erwartungen an ein perfektes Weihnachtsfest können auch Streit und Trauer mit sich bringen. Warum befinden wir uns im Ausnahmezustand während dieser Zeit? Was hat es eigentlich mit dem Weihnachtsmann auf sich und wie feiern Menschen in anderen Ländern Weihnachten? Darüber spreche ich jetzt mit deinen Gästen hier bei Alpha und Omega. Und damit herzlich willkommen Frank Zeb. Er ist evangelischer Oberkirchenrat und sagt, an Weihnachten soll man leben und die Menschen leben lassen. Dorothea Groschwitz ist Psychotherapeutin in Stuttgart und weiß, wie wir ohne Stress und Streitereien durch die Weihnachtszeit kommen. Und Anja Emrich ist Leiterin der Geschenkeaktion Kinder helfen Kindern und sagt, wenn Menschen Gutes tun, werden unsere Nachbarländer oft vergessen. Herzlich willkommen und Frau Emrich, gleich die erste Frage. Warum werden unsere Nachbarländer vergessen und für welche Länder findet diese Geschenkeaktion statt? Ja, ich arbeite ja für eine international tätige Hilfsorganisation, die ADRA Deutschland. Und jeder, der schon mal Spendenaufrufe bekommen hat, weiß, in der Regel geht es um Länder in Afrika, um Asien, um Katastrophen. Und unsere Nachbarn in Osteuropa werden in der Regel jetzt nicht so stark davon betroffen. Sie haben eine andere Geschichte. Es geht ihnen vom Lebensstandard schon deutlich besser als jetzt in vielen anderen Teilen der Welt. Aber dadurch rutschen sie auch vielen Leuten einfach aus dem Bewusstsein. Und unsere Geschenkaktion geht genau an diese Menschen, also hauptsächlich auf den Balkan oder dann Richtung Bulgarien, Ukraine, Litauen. Wie sieht diese Geschenkeaktion aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja viele Geschenkaktionen in Deutschland. Und bei uns ist es so, wir haben standardisierte Kartons. Die werden über unsere Aktionsgruppen in Deutschland ab September in der Regel verteilt. Dann kann man sich bei denen auch melden. Man kann sich die leeren Kartons abholen, sie befüllen, bunt gestalten und entsprechend wieder abgeben. Und dann werden sie von unseren Gruppen kontrolliert, zu den LKW-Ladestellen gebracht und dann geht es zur Verteilung. Und dann freuen sich jede Menge Kinder. Auf jeden Fall. Wie ist denn in diesen Ländern, wie sieht da Weihnachten aus? Werden die Straßen geschmückt? Wie kann man sich das vorstellen? Befindet man sich da auch gleich in der Weihnachtszeit, wenn man dort ist? In den großen Städten ja. Also gerade die Hauptstädte nehmen sich mit unseren Städten fast nichts mehr. Aber wenn man dann halt rauskommt in die weniger touristisch aufbereiteten Gegenden, in die ländlichen Regionen, da wird es dann doch eher sehr traurig. Da ist dann mit Deko nicht mehr ganz so viel. Dekoration ist in der Regel auch etwas anders als bei uns. Also jetzt nicht so schön und besinnlich wie dieser Weihnachtsbaum, den wir hier im Studio haben. Sondern das ist dann deutlich bunter, möglichst blinkend. Und man muss halt auch verstehen, dass die Länder ja kulturell anders geprägt sind. Also viele haben einen orthodoxen Hintergrund, wir haben katholisch geprägte Länder und entsprechend sind auch die Traditionen mit Weihnachten anders. Denn eigentlich gibt es in den meisten Ländern die Geschenke gar nicht zu Weihnachten wie bei uns, sondern es sind eher Neujahrsgeschenke. Okay. Das heißt, bekommen die ihre Geschenke oder die Geschenke der Aktionen dann auch ein Neujahr oder trotzdem an unserem Weihnachten sozusagen? Also rein logistisch ist es so, wir verteilen die Pakete sofort, wenn sie da sind. Das ist dann ab etwa Mitte Dezember, geht es los und zieht sich dann bis Anfang Januar. Weil wir auch noch die unterschiedlichen Kalender haben, den julianischen und den gregorianischen Kalender. Also da verschieben sich auch die Feiertage nochmal. Für die Kinder kommt die Pakete auf jeden Fall immer richtig an. Ja, das glaube ich. Und nicht so besinnlich wie bei uns, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist der Schmuck, sondern auch die, es wird mehr Party gemacht. Also es ist eher eine Party Weihnachten, ne? Also ich habe mich nochmal richtig schlau gemacht. Und Weihnachten ist eher ein Familienfest. Aber da hängen eher Traditionen wie auch spezielles Essen zusammen und dass man halt bestimmte Traditionen einhält. Geschenke gibt es da gar nicht so. Und die Geschenke gibt es dann zu Neujahr und dann ist richtig Party. Also das überschreitet dann auch unsere deutschen Vorstellungen manchmal. Also da geht es wirklich richtig was los. Wie sieht es denn mit den Bräuchen aus? Sie haben gesagt, das sind ein bisschen andere Bräuche. Kommt da auch der Weihnachtsmann, um die Geschenke zu bringen? Gibt es den da? Es gibt eine Form von Weihnachtsmann. Also durch die kulturelle Vermischung über die letzten Jahre sieht der gute Mann tatsächlich aus wie unser Weihnachtsmann, wird aber anders genannt. Also gerade aus der russischen Märchenwelt gibt es eigentlich Väterchen Vost, also Detmaros. Der heißt dann in den unterschiedlichen Ländern immer mal anders. Also in Serbien zum Beispiel wird er Dedamras genannt. Und ja, also es ist so ein Geselle, der halt Geschenke bringt. Woher stammt Väterchen Vost? Also Väterchen Vost stammt tatsächlich aus der russischen Märchenwelt. Ja. Und er ist die Verkörperung oder die Personifizierung des Winters. Er ist in der Regel auch immer begleitet von seiner Enkeltochter, der Schneeflocke. Das ist süß. Das ist Nigorutschka. Und er hat halt ein Zepter, das alles zu Eis verwandelt. Und da gibt es auch noch Märchen dazu. Und irgendwie hat er sich etabliert, dass der jetzt halt auch die Geschenke bringt. Okay, sehr schön. Es hat sich also einiges etabliert. Herr Zep, woher kommen denn die Geschichten vom Christkind, vom Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht und was ist da überhaupt dran? Das ist kulturgeschichtlich relativ kompliziert. Der Ursprung war wohl der heilige Nikolaus, ein Bischof in dem, was heute Türkei ist, im vierten Jahrhundert. Und im Mittelalter gab es ja die Heiligenverehrung. Und zum heiligen St. Nikolaus am 6. Dezember hatten die Kinder sozusagen das Recht eines Heischebrauchs, nennt man das in der Kulturwissenschaft. Das heißt, man durfte an die Häuser gehen und bekam dann ein kleines Geschenk. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das dann ausgebaut. Es gab Kinderbischöfe, das heißt, dass ein Kind ein paar Tage lang Bischof sein durfte. Und die Reformation hat damit dann ein Stück weit aufgeräumt, weil sie sagte, es geht nicht darum, die Heiligen zu verehren. Und sei es der heilige Martin oder der heilige Nikolaus, sondern es geht darum, Christus zu verehren. Deswegen wurde dann vom Nikolaus Abstand genommen und aufs Christkind Bezug genommen. Und dann wechselte das ein paar Mal hin und her. Und heute ist es so, dass in den süddeutschen Gebieten eher das Christkind verehrt wird und in den norddeutschen eher der Weihnachtsmann. So, jetzt ist es so, dass der Weihnachtsmann nicht, wie man immer sagt, von Coca-Cola erfunden wurde. 1923, das sieht man schon daran, dass im 19. Jahrhundert, ja zum Beispiel Hoffmann von Fallersleben das schöne Gedicht, morgen kommt der Weihnachtsmann 1835. Also kann es nicht von Coca-Cola sein, wenn das 100 Jahre später ist. Wir hatten also im 19. 20., frühen 20. Jahrhundert, hatten wir mehrere Gestalten, den Weihnachtsmann in Norddeutschland und das Christkind in Süddeutschland. Und dann wurde ein uralter Brauch noch daneben gestellt und das ist, was man in Württemberg den Pelzmärten nannte. Also den heiligen Sankt Martin, der dann, Entschuldigung, der dann aber auch als, nicht wie im katholischen Bereich, als Spender, als guter Heiliger, sondern eben als Pelziger, als Gestalt mit Pelzen, mit einer Rute. Und der wurde dann sozusagen dem Christkind, dem Nikolaus, an die Seite gestellt, sozusagen um sowas wie eine Dialektik von Gut und Böse. Die guten Mächte repräsentiert durch den heiligen Nikolaus, durch das Christkind, das die Geschenke bringt, weil ja Christus als Geschenk, Gott wird in Christus Mensch. Und dann eben strafend, drohend, den Pelzmärte, den Krampus, das sind uralte Gestalten. Wenn Sie eben sagten, Väterchen Frost, das ist ja auch so eine Gestalt, die eher droht, die eher erschreckt, geht auf uralte Mythen zurück. Und so gibt es eine Hypothese, dass der Krampus, der Pelzmärte, nicht auf die Heiligen zurückgeht, sondern auf irgendwelche keltischen Gestalten, die sich dann im Volksglauben erhalten hätten. Ob das so stimmt, schwer zu sagen, aber jedenfalls haben wir diese Mythologien, diese Figuren. Inwieweit sollte man Kindern denn diese Geschichten erzählen, wo natürlich auch nicht immer alles wahr ist, beziehungsweise wir gar nicht wissen, was daran wahr ist, so tatsächlich? Was würden Sie sagen? Das ist jetzt eigentlich eher Ihr Feld. Ich hätte Sie beide gefragt. Okay, dann mache ich mal noch einen Schritt weiter und Sie übernehmen dann. Bettelheim-Kinder brauchen Märchen, Kinder brauchen Mythen, Kinder brauchen was, womit sie die Welt erklären können. Und dazu gehören sicher auch solche Figuren wie der Nikolaus, das Christkind, der Osterhase und viele andere. Die Frage ist nur, wie begleite ich Kinder in der Entwicklung so, dass es jeweils hilfreich ist, was ich erzähle und dass ich dann später nicht sozusagen zurücknehmen muss und sagen, ich habe dir mit drei, vier, fünf so und so erzählt, das war alles gar nicht wahr, jetzt erzähle ich dir so und so. Weil dann wird das Kind bald sagen, das stimmt sicherlich auch nicht. Was sagen Sie dazu? Ja, das kriegen die Kinder sowieso von alleine raus, dass es nicht stimmt in der Regel. Diese Figuren gehören ja so in die frühe Zeit des magischen Denkens, wo auch jedes Kuscheltier sozusagen eine Seele hat und personalisiert wird von den Kindern und auch hilfreich ist zum Beispiel auch als Stellvertreter für die abwesende Mutter. Also das hat ja ganz wichtige Funktionen. Und ich denke, so ähnlich würde ich das auch sehen mit diesen Figuren, dass die eben innere, hilfreiche Figuren für die Kinder sind, die sie beim Aufwachsen begleiten. Und ja, irgendwann mal merken die Kinder, dass das jetzt vielleicht doch nicht so stimmt. Oder anders stimmt. Es gibt Psychologen, zum Beispiel einen englischen Professor, der heißt Christopher Boyle und Kathy McKay aus Australien, die sagen, Kinder würden durch solche Geschichten traumatisiert und für ihr ganzes Leben gezeichnet. Was halten Sie davon? Finde ich eine steile These. Ja. Aber ich denke, da liegen die falsch. Also die werden vielleicht traumatisiert, wenn man sie zu Unzeit aufklärt oder auf eine unangenehme Art und Weise oder wenig feinfühlige Art und Weise aufklärt. Und übrigens einen Nikolaus gibt es ja gar nicht. Das stelle ich mir schon schlimm vor für ein Kind, dessen Vorfreude auf Weihnachten sich befindet. Und dann kriegt es so was vor den Latz geknallt. Aber ich denke, normalerweise kommen Kinder damit ganz gut zurecht, wenn sich das, das schleicht sich so aus. Wie ist es mit Knecht Ruprecht? Soll der auch tatsächlich die Rolle des Bestrafers einnehmen und den Kindern auch Angst machen? Also ich hatte ziemlich Angst davor früher. Naja, Ängste gehören zum Leben auch dazu. Ich würde ihn jetzt aber nicht als pädagogisches Mittel einsetzen, sondern würde den, glaube ich, eher weglassen und den Kindern nicht jetzt an Weihnachten mit dem Knecht Ruprecht drohen. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Okay, also nicht alle Geschichten erzählen. Wie ist es denn mit der Geburt von Jesus durch die Jungfrau Maria? Ist ja auch eine Geschichte, die immer wieder in der Kritik steht. Jetzt kommt es darauf an, auf was sich die Frage richtet. Geschichten sind Geschichten. Wenn ein Kind, wir waren ja bei den Kindern, wenn Sie einem Kind eine Geschichte erzählen, wird das nicht selten fragen, ist das wirklich so passiert? Und dann ist vielleicht keine gute Antwort, jawohl, das ist so passiert, weil das müssen Sie unter Umständen zurücknehmen. Das weiß ich, wenn Sie vom Schneewittchen erzählen. Das müssen Sie zurücknehmen, weil das ist so nicht historisch passiert. Wenn Sie aber dem Kind sagen, ich war nicht dabei, es ist eine Geschichte, dann haben auch sehr kleine Kinder schon ein Gespür dafür, dass die Wahrheit einer Geschichte nicht unbedingt im historischen oder naturwissenschaftlichen Sinn liegt, sondern dass die Wahrheit einer Geschichte vielleicht tiefer liegt, auch wenn sie vom Verstand her nicht wahr ist in dem Sinne. Könnte man auch Erwachsenen erklären, die sagen, wie soll eine Jungfrau ein Kind gebären? Genau, das ist die biologische Frage. Was ist biologisch geschehen mit Maria? Das ist aber jetzt nicht die Frage, die die Geschichte beantworten will, sondern die Geschichte will beantworten, dass das Kind, das Maria zur Welt bringt, dass das ein ganz besonderes Kind ist, dass das göttlichen Ursprungs ist. Er kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater, singen wir im Weihnachtslied. Und deswegen ist das Kind nicht auf normalem biologischem Weg gezeugt und geboren worden, sondern dieses Kind hat eine ganz besondere Herkunft. Und das erzählt die Geschichte aus, indem sie davon spricht, dass Maria Jungfrau gewesen ist und dass der eigentliche Ursprung dieses Kindes kein biologischer ist, sondern ein geistlicher. Deswegen steht im Evangelium vom Heiligen Geist. Sie haben eben auch schon angesprochen, woher der Brauch, sage ich jetzt mal, kommt, sich was zu schenken an Weihnachten. Es gibt eine repräsentative Umfrage, die ist veröffentlicht worden auf evangelisch.de. Demnach will jeder fünfte Deutsche dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke verzichten. Für zwei Drittel gehören Geschenke einfach zum Fest dazu. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wo das herkommt, dass man sich was schenkt und wie Sie das vielleicht mittlerweile auch finden. Ist es vielleicht mittlerweile übertrieben, dass man sich so viele Gedanken zu Geschenken macht, dass sie vielleicht auch immer größer werden müssen? Kinder werden ja überhäuft mit Geschenken oft. Also noch mal zum Ursprung im Mittelalter diese Heischebräuche. Also das Kind hat was geschenkt bekommen an verschiedenen Stellen im Jahr. Und da war eben Heiliger St. Nikolaus einer dieser Termine, wo es Geschenke gab. Und die Reformation wollte dann bewusst darauf hinweisen, dass das eigentliche Geschenk nicht materiell ist, sondern eben geistlich ist. Gott schenkt uns seinen Sohn, das singen wir ja auch im Weihnachtslied. Heute schleust er wieder auf die Tür zum Schönen und schenkt uns seinen Sohn. Das ist der Brauch der Geschenke. Und jetzt ist natürlich so, dass im Lauf der Geschichte, auch der letzten 40, 50 Jahre, vielleicht sozusagen abstrahiert wurde von diesem geistlichen Sinn und auf das Materielle gegangen wurde. Das heißt, die Wertschätzung, die Menschen einander entgegenbringen, machen sie, indem sie ein Geschenk machen. Ich schenke ihnen was, um zu zeigen, du bist mir wichtig. Deswegen sagte man in meiner Jugend, es kommt nicht auf den Wert des Geschenkes an, sondern bastel doch deiner Familie was. Dann merkt man, der hat sich da hingesetzt, hat die Zeit, die Kreativität. Das ist das eigentliche Geschenk. Nicht, ob das jetzt so und so viel Euro kostet oder so und so viel, sondern die Wertschätzung, es ist eine Beziehungsgeschichte. Und damit wären wir dann auch beim weihnachtlichen Thema. Es ist ja auch eine Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Mensch. Und die bilden wir ab, indem wir untereinander wertschätzend handeln. Insoweit habe ich nichts gegen Geschenke, aber es sollte vielleicht der eigentliche Sinn, diese Beziehungskiste nicht verloren gehen darüber. Das ist die Frage, wie viele noch an diesen Hintergrund denken. Frau Koschitz, Sie sagen, für viele spielt der religiöse Hintergrund an Weihnachten gar keine Rolle mehr. Trotzdem ist Weihnachten für viele der Jahreshöhepunkt. Warum? Ich glaube, das ist auch etwas, was gar nicht so Bewusstes ist in den Menschen, sondern Weihnachten ist ja von der Jahreszeit her eigentlich der tiefste Punkt, die dunkelste Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass so tief im Menschen auch so eine Gewissheit ist, mit Weihnachten oder mit der Geburt des Kindes fängt auch wieder was Neues an. Am 21. Dezember kommt das Licht auch wieder zurück, werden die Tage wieder heller. Man merkt es dann noch nicht, sondern erst im Februar. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwo im Menschen, auch wenn es nicht bewusst ist, noch so archetypisch vorhanden ist, dieses Wissen. Und natürlich auch, man hat dann auch ein ganzes Jahr hinter sich oder fast ein ganzes Jahr. Der Mensch sehnt sich nach Ruhe und nach einer Auszeit und da läuft es auf diesen Höhepunkt hin und dann kann es auch mal wieder ruhig und friedlich werden. Oder es gibt Streitereien und ganz viel Stress, was wir ja auch alle kennen von Weihnachten. Warum passiert so was? Ich denke, das ist dann oft so, dass die Familien aufeinandersitzen, dass sie vielleicht sehr viele große Erwartungen im Vorfeld hatten. Hoffentlich auch viel Vorfreude, weil die kann einem dann niemand mehr nehmen an Weihnachten, auch wenn es dann stressig und streitig wird selber. Aber wenn man große Erwartungen hat, sich große Mühe gegeben hat und es wird dann doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, kann es dann eben schon auch mal schwierig werden miteinander. Und dann hört natürlich das Getriebe drumherum auch mal kurz auf. Also ich merke das immer ganz deutlich an Heiligabend. Wenn mittags die Geschäfte zumachen, dann wird die Welt plötzlich still, bevor es dann um fünf nachmittags wieder losgeht und alle rennen in die Kirche. Und dann wird es wieder still und dann nachts um zehn, wenn dann die Leute heimfahren, wird es dann wieder ein bisschen laut oder wenn die Jugendlichen dann in die Disco gehen oder in die Clubs. Frau Emre, ist es in den Balkanländern auch so, dass da so ein Druck herrscht, dass man oft gestresst ist und dass dann Streitereien in der Familie entstehen? Das kann ich jetzt so in dem Sinn gar nicht beantworten, die Frage. Weil ich in die Familien doch seltener reinschaue und auch direkt zum Weihnachtsfest dort in der Regel nicht bin. Aber wenn ich Familien erlebe, dann sind sie ja meistens leider eher am sozial unteren Ende. Und die können sich diesen Stress gar nicht machen. Also was ich dort halt sehe, das ist, dass eine zehnköpfige Familie, also die Oma, die Mutter und acht Kinder sich zwei Räume teilen, weil es in dem Haus nicht mehr gibt, dass die Kinder teilweise zu zweit in einem Bett schlafen. Die können sich so einen Stress gar nicht leisten. Die gehen auch ganz anders um in ihren Beziehungen. Also die teilen die Geschenke miteinander, weil sie ja sonst nichts haben. Also das ist auch eher so eine Erfahrung, die wir machen, dass je weniger die Menschen, die beschenkt werden, eigentlich haben, desto eher teilen sie eigentlich auch. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Sie haben es gerade schon angesprochen, es sind sehr kleine Häuser, kleine Räume, in denen die Menschen leben. Sie haben auch gesagt, Kinder müssen oft kilometerweit zur Schule laufen. Was fehlt denen noch? Ja, also durch die Aktion können wir halt schon ein bisschen dahinter schauen. Also wir lernen Lebensbedingungen kennen. Und es ist halt erschreckend, was in Europa, auf dem europäischen Kontinent, so alles für Lebensbedingungen sind. Da gibt es selbst in Litauen als europäischem Land ganz viele Dürfer, die kein fließend Wasser haben. Wir haben in Moldau, in Bulgarien halt auch Häuser, wo man denkt, die fallen fast ein. In Serbien, Montenegro und anderen umliegenden Ländern müssen die Kinder teilweise durch die Berge halt kilometerweit laufen. Ich habe einen Schuldirektor, so einer Bergschule kennengelernt. Der macht selber das Taxi, um die Kinder morgens einzusammeln, damit die überhaupt in die Schule kommen. Der heizt die Schule vor mit dem Kanonenofen, weil es keine Zentralheizung gibt. Also das sind halt ganz, ganz viele Lebensbedingungen. Schulen, wo der Salpeter in den Wänden ist. Also man kommt rein und es müffelt und man denkt sich, uh. Ja, aber das ist die Schule, in die sie halt gehen müssen. Was anderes gibt es nicht. Was ist dann in diesen Geschenken drin? Schauen Sie auch, dass dann was gesammelt wird, was den Kindern dort eben hilft, was sie nicht haben? Oder sind da nur Süßigkeiten drin? Nein, es sind natürlich nicht nur Süßigkeiten, auch wenn die für alle Kinder so mit das Größte sind. Aber gerade in den Ländern, die wir auch beschenken, besteht Schulpflicht. Das heißt, die Schule an sich ist gesichert. Nur die Frage ist, welches Material können die Kinder nutzen? Und da ist es halt auch schön, dass wir Schulmaterial mit einpacken, weil einfach die Kinder dann auch mal zeigen können, guck mal, ich habe einen neuen Stift oder ich habe ein ganzes Buntstiftset bekommen oder ein neues Heft oder sowas. Also das ist ganz, ganz wertvoll für die Kinder. Auch Mützen und Schals, da ist es kalt. Also Europa ist ein Kontinent, auf dem es richtig kalt wird. Die Geschenkeaktion ist jetzt natürlich schon vorbei, aber vielleicht kann man sich für nächstes Jahr Gedanken machen. Und es gibt auch, haben Sie mir schon im Vorfeld verraten, Menschen, die das ganze Jahr über sich schon vorbereiten auf diese Geschenke. Was machen die? Also abgesehen von unseren Aktionsleiterinnen und Aktionsleitern, die das ganze Jahr aktiv sind, schon schauen, wo bekommen wir noch Sonderangebote, die quasi den Winterschlussverkauf nutzen, um noch günstig Sachen für die nächste Aktion schon zum Auffüllen der Pakete zu ergattern. Wir haben Strickreise, wo halt wirklich auch superliebe alte Damen noch einen Sinn finden, dass sie halt sagen, wow, ich kann nichts mehr großartig, aber stricken geht. Und die stricken ja teilweise blind und die stricken das ganze Jahr über Mützen und Schals und sind da total glücklich und gehen darin auf. Und wir haben selbst schon Geschichten gehört, dass Menschen, die ihr ganzes Leben verachtet wurden, durch diese Stricken plötzlich Selbstbewusstsein entwickeln, dass die halt anfangen aufzublühen, plötzlich keine Medikamente mehr brauchen. Also das sind ganz faszinierende Sachen, die da plötzlich passieren, weil sie selber einen Wert finden. Das ist sehr schön. Ja, das hört sich schön an. Frau Roschitz, Sie arbeiten in Anführungsstrichen auch an Weihnachten. Wenn jetzt jemand psychologische Hilfe braucht, kann er sich an Sie wenden. Vielleicht von Ihnen noch ein paar Tipps. Wie kann ich ein stressfreies Weihnachten erleben ohne Streitereien? Ja, schwierig. Tipps sind immer ein bisschen schwierig. Oder wie? An was kann man sich da vielleicht festhalten, wenn es denn so kommt? Wenn man, ja, ich denke, man sollte sich eben versuchen, nicht zu viel Druck zu machen. Vielleicht die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Wie es jetzt sein muss an Weihnachten, ein bisschen flexibel bleiben. Wenn es mal nicht so wird, wie man es sich vorgenommen hat oder vielleicht auch über Missgeschicke. Die besten Weihnachtsgeschichten gibt es ja, wenn Missgeschicke passiert sind. Das auch lustig mal nehmen. Ja, genau, mit Humor nehmen. Und ja, nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so wird, wie man es sich vorgestellt hat. Und sich freuen, dass man sich so lange vorgefreut haben durfte. Würden Sie das unterstreichen, Herr Zeb? Unbedingt, unbedingt. Es kommt ja nicht darauf an, dass alles perfekt ist. Das ist selten so im Leben, dass alles perfekt wird. Sondern es kommt darauf an, dass ich und meine Lieben sich wohlfühlen. Und wenn dann die Besinnlichkeit ein bisschen in der Botschaft sich auch wiederfinden lässt, die wir an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch jenseits von allen Hierarchien und Wichtigkeiten. Gott wird Mensch, damit wir das wahre Menschsein empfangen. Dann ist es doch schön. Das ist doch viel mehr als alle Geschenke und alle Riten und alle Bräuche. Das finde ich auch. Und ich würde sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie meine Gäste waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, das war Alpha und Omega. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich natürlich schöne Weihnachten. Kommen Sie gut ins nächste Jahr. Tschüss. Musik 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 Musik